Und ein herzliches Willkommen beim Unboxing zum Xbox One Stereo Headset Adapter. Ja, das ist so ein Ding, wenn die Xbox One nicht schon genügend Geld kosten würde. Aber wollt ihr ein vernünftiges Stereo Headset an die Xbox One anschließen? Man schließt ja grundsätzlich die Headsets über den Controller an. Dann braucht ihr hier tatsächlich diesen Stereo Headset Adapter. Der Schlag mit roundabout 20 Euro zu Buche, wenn man ihn sich neu holt. Ich meine, man kann sich bei solchen Geschichten dann auch tatsächlich mal überlegen, sich das dann nochmal gebraucht zu holen. Weil wenn du bedenkst, was die Kiste kostet, die Spiele, dann brauchst du hier nochmal ein bisschen Zubehör. Also nochmal 20 Euro dafür, dass ich nur mein Headset anschließen darf, ist natürlich schon heftig. Umso besser vielleicht euch einfach mal zu zeigen, wie wertig das Ding denn verarbeitet ist, wie es denn aussieht. Und es wird dann natürlich auch beim ersten Let's Play dementsprechend zum Einsatz kommen. Das ist die Verpackung. Können wir uns natürlich nichts verkaufen, aber sieht schon schick aus, wenn du das hier so siehst. Alles in matt gehalten und dann nur dieser Adapter in so einer glänzenden Folie. Ein Träumchen enthalten sind eben der Adapter, USB-Kabel und noch irgendwas anderes. Weißt du das hier? Rumänisch, Polnisch. Ah, Deutsch. Inhalt. Headset-Adapter, USB-Kabel und 2,5 mm bis 3,5 mm Audio-Kabel. Ansonsten. Bla, bla, blub. Genau, weitere Kabel werden normalerweise nicht benötigt. Es ist auch ganz wichtig, mal darauf zu achten. Es gibt hier eine Internetseite, welche Headsets denn tatsächlich mit der Xbox One kompatibel sind. Das müssten eigentlich die gängigen Gaming-Headsets alle sein. Aber schadet nicht, hier mal vorbeizugucken unter Xbox One slash Compatible Headsets. Genau, da unten steht es. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen können, aber ich habe es euch somit eben gesagt. Dann guck, oh, schau mal. Ui, das Ding können wir uns auch irgendwo an die Wand hängen oder so oder einen Weihnachtsbaum. Klasse Sache. Gut, wo geht das Ding auf? An der Seite vermute ich mal. Ich will es natürlich nicht gleich kaputt machen. Ach nein, wir haben einen Sicherheitsverschluss. Oh, und mir ist natürlich der typische Anfängerfehler wieder passiert. Ich habe kein Messer parat. Also ganz ehrlich, ich habe bei jedem Unboxing in der letzten Zeit an dieses elende Messer gedacht. Aber sicherlich nicht beim Stereo-Headset-Adapter. Aber gut überbrückt die Zeit, hier ist es. Schwupp. Das Einzige. Ja, sieht so aus. Alles klar, wir klappen. Ach so, Moment. Oh, jetzt habe ich den ganzen Vorführungseffekt versaut. Hier. Wie eine Pralinen-Schachtel. Ui, ist sie nicht hübsch. Schau mal hier, mit eingraviertem Xbox One-Logo. Es ist einfach wundervoll. Also, wenn ihr eure Freundin einen Heiratsantrag machen wollt, wieso denn nicht den Ring in diese wundervolle Stereo-Headset-Adapter-Box packen? Aber gut, Scherz beiseite. Ja, hier haben wir diesen komischen Anschluss, der eben dann unten in den Xbox One-Controller reingesteckt wird. Man hätte ja auch einfach einen normalen Anschluss oder einen Mini-HDMI oder irgendwas verwenden können. Aber nee, es müsste hier wieder so ein Special-HDMI-Whatever sein. Aber egal, das Ding kommt auf jeden Fall schwupp unten in den Controller rein. Hm, könnt ihr euch ja eigentlich mal kurz zeigen, ne? Tja, gute Vorbereitung ist alles. Schwupp, hier ist er, mein wundervoller weißer Xbox One-Controller. Also, hier unten wird das Ding rangeklipst. Zack, rastet sehr einfach ein. Geht aber auch nur relativ schwer wieder raus. Naja, ist aber okay. Es ist nicht so, dass irgendwas hier dabei kaputt geht. Also, es ist ganz vernünftig. Zwar alles Kunststoff, aber wirkt vernünftig verarbeitet. Und dann hängt das Ding eben hier unten dran. Da unten könnt ihr dann eben sowohl euer mitgeliefertes Xbox Live-Headset anschließen, als auch eben, wie gesagt, dafür ist das Ding gedacht. Jedes, ja, was ist jedes herkömmliche Stereo-Headset? Also, die meisten, wie gesagt, guckt mal vorsichtshalber vorher auf die Kompatibilitätsliste auf Xbox.com. Ansonsten, das Ding stört da unten nicht. Selbst ich, der relativ große Hände hat, stößt da unten hier maximal mit seinen Mittelfingern unten dran. Aber nee, ist überhaupt nicht. Also, es stört kein bisschen. Wir haben dann hier die Mute-Taste. Wir haben hier die beiden Tasten zum Lauter- und Leisestellen. Ja, was das hier ist. Freunde hinzufügen, Controller hinzufügen. Ich weiß es nicht ganz genau, aber vielleicht verrät uns das ja die Anleitung. Sollte eine dabei sein. Wir öffnen weiterhin die wundervolle Verpackung. Na, siehste mal. Hier ist auch das USB-Kabel, was sie uns versprochen haben. Quick Setup Guide. Na, siehste mal. Mehr Anleitungen drin, als bei Halo 5 oder irgendeinem vergleichbaren Xbox One-Spiel. Was steht denn da Schönes? Benötigst du Unterstützung? Geh auf Xbox.com. Ja, ihr könnt mich mal. Soviel zum Thema Quick Start Guide. Gut, das gibt es natürlich dann auch noch in Guidenhutig, Opsatnik und was weiß ich alles. Und schon ist die Verpackung voll. Ansonsten noch ein paar... Das... Ja. Und jetzt guckt euch mal das Ding hier an. Gut, okay. Zugegebenermaßen ist es mehrsprachig, ja. Aber guckt euch mal diesen Roman an, der dabei liegt. So, und die Quick Start Guide ist im Endeffekt nichts anderes als ein Hinweis auf die Xbox.com-Seite. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Das ist halt in dieser heutigen hektischen Welt, wenn man zu hektisch ist, man kann das Ding tatsächlich aufklappen. Okay, reingesteckt haben wir es schon. Das haben wir soweit hinbekommen. Ah, jetzt habe ich es. Das ist ja geil. Also, nochmal für Doofe. Das ist der Mute-Button, in dem ihr das Mikrofon stumm stellen könnt. Hier lauter, leiser. Und hier könnt ihr den Pegel verändern zwischen Spiel-Lautstärke und Chat-Lautstärke. Also, wenn ihr vom Spiel nichts mehr hört, könnt ihr hier drauf gehen, dann wird das Spiel lauter. Und versteht ihr eure Kameraden im Audio-Chat nicht mehr, könnt ihr hier drauf klicken und dann werden die lauter. Okay, zumindest hat der Praktikant dort mitgedacht. Genau, da unten kommt dann im Endeffekt das Mikrofonkabel rein. Bei Bedarf RCA zu Audioquelle. Ah, ja. Ja, hier ist dieses Kabel dabei. Ah, ja, genau. Falls ihr nach Dingenskirchen nur so ein 2,5mm Kabel oder irgendwas habt, dann ist hier so ein Adapter dabei. Dann stöpselt ihr den erst einmal rein und könnt dann dementsprechend euer Headset dort anschließen. Ist das nicht wundervoll? Ne, okay, es ist zumindest alles dabei, was man braucht. Kann man für 20 Euro auch erwarten. Und macht aber einen positiven Eindruck. Ich meine, ein bisschen blöd. Hm, wenn man ein vernünftiges Headset verwenden will, da kommt ja dann auch der Spiele-Sound rüber über den Controller. Ist ja bei der PS4 ähnlich. Kommt man halt um dieses blöde Ding nicht drum herum. Gut. Ich hoffe mal, ich konnte euch damit einigermaßen weiterhelfen und vielleicht auch die eine oder andere Kaufentscheidung geben. Ja, wenn ihr den Artikel sucht, ich habe euch unten einen Link über Amazon mit reingepackt. Ansonsten geht direkt dorthin oder, ja, zu Amazon könnte es schlecht gehen, ne? Aber zum Elektronik-Händler eures Vertrauens oder ihr sagt einfach, was für ein Scheiß, so was soll ich mir extra kaufen, da kaufe ich mir doch lieber eine PlayStation 4. Das ist euch überlassen. Ich würde mich freuen über euer Feedback. Hat es euch gefallen? Was haltet ihr von dem komischen Teil? Ansonsten freue ich mich immer über ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.